Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und schön, dass du hier reinschaust. Bevor ich dir einen neuen Vlog zeigen möchte, wo ich mit meinem Sohn auf der Gamescom war, habe ich noch einen spannenden Gedanken für dich, eine Idee, wie du YouTube nutzen kannst. Und zwar habe ich es gerade wieder vor ein paar Wochen festgestellt, wie geil das eigentlich ist, wenn du dir die alten Videos anschaust, um zu sehen, wie es früher einmal war. Ich bin ja schon sehr, sehr lange auf YouTube und es war der Hammer. Und was ich dir empfehlen will, ist, dass du vielleicht darüber nachdenkst, einen YouTube-Kanal zu erstellen, wo du zwar Videos hochlädst, aber primär für dich. Du musst diesen YouTube-Kanal noch nicht mal anderen zeigen. Ich habe tatsächlich einen eigenen YouTube-Kanal, der Familie heißt. Und diesen Kanal teile ich auch nicht. Und auf diesem Kanal lade ich eigentlich solche Vlogs hoch, wie jetzt der von meinem Sohn, um irgendwann mal wieder darauf zurückgreifen zu können. Also es ist wie so ein kleines Online-Backup, wo so Familienmitglieder darauf zugreifen können. Da landet natürlich jetzt nichts, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das darf bloß keiner sehen, das ist geheim oder sehr intime Dinge. Es sind einfach Videoschnipsel, wo ich sage, könnte jeder sehen, aber ich bin es euch jetzt nicht irgendwie auf die Nase. So nach dem Motto, schaut mal, wie mein Privatleben aussieht. Und das könnt ihr genauso machen. Ihr könnt Ansagen an euch selbst machen. Ihr könnt Videotagebuch führen. Nur für euch einen Kanal. Leute, glaubt mir, es ist so geil, in fünf Jahren oder in drei Jahren zu sehen, wo man mal war, wie das Office ausgesehen hat, wie man es selber vielleicht ausgesehen hat. Es ist absolut geil. Also behalt mal die Idee im Hinterkopf. Wie gesagt, ich habe viele Videos, die ich nur da hochlade, die ich auch nicht zeige. Und ab und zu ist halt auch mal so ein Video wie dieses jetzt hier dabei, der Gamescom-Blog, den ich primär für mich erstellt habe, aber wo ich einfach über Abstimmungen gefragt habe, interessiert euch das, wollt ihr das mal sehen? Und dann lade ich es vielleicht mal auch hier auf diesem Account hoch. Aber wie gesagt, behaltet das mal im Hinterkopf. Und klar, wenn ihr jetzt so denkt, ja, aber mit Datenschutz, da kann man darauf zugreifen und man weiß ja auch nicht, ob es für die Ewigkeit ist, jo, dann lass das sein. Also ich habe meine Familienvideos auch nochmal fünfmal woanders gesichert. Aber ich finde die Idee mit YouTube eigentlich ganz cool, weil du halt dann mal dem Schwager oder irgendwo einen Link zuschicken kannst und du kannst halt schneller von überall darauf zugreifen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Behalte es im Hinterkopf, schicke dir selbst Nachrichten, kreiere für dich Momente und wenn du willst, nicht nur auf der Festplatte, sondern vielleicht so auch als zeitliches Protokoll auf einem extra YouTube-Kanal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Vlog von der Gamescom 2019. Da war ich mit meinem Sohn, für mich ging ein Traum in Erfüllung, mit meinem Sohn zusammen auf einer Gamescom. Wir sind ja beide Zocker. Also, viel Spaß jetzt mit dem Vlog. Boom, Freunde, schönen guten Morgen. Was geht ab? Hier ist der Calvin. No Photoshop, no Business. 100% Gamescom in diesem Vlog. Es geht jetzt los mit am Start. Junior, what's up? Naja, ich selber bin ja zu alt für die Gamescom. Ne, Mann, ich freue mich genauso. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Zocker und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Ja, Freunde, wir haben uns übrigens für den Zug entschlossen, um dem ganzen Verkehr vor Ort zu entkommen. Und beim Zug haben wir erste Klasse gewählt, weil es da immer gratis Schokolade gibt. Und weil es gar nicht so viel teurer ist wie die normale Klasse und weil ich halt eine Bahncard habe. Erste Klasse, deswegen, ja. Und wegen den Schokoladen, das ist lecker da drin. Welche Schokolade, he? Kannst du vergessen. Heute ist Disziplin. Heute machen wir nichts mit Schokolade. Freunde, was übrigens sehr witzig ist, es gibt keinen Wagen 13. So viel zum Thema. Aber glaube, der würde wahrscheinlich nicht voll werden. So, wie erwartet kommen wir natürlich verspätet an. Wir hatten eine Verspätung von einer Stunde. Aber wir sind angekommen, es ist jetzt 11 Uhr. Und jetzt Anschluss S-Bahn direkt zur Köln-Messe. Das, Freunde, dürfte der Vorteil sein, wenn man am Fachbesuchertag kommt. Obwohl wir viel zu spät sind, ist alles leer. Na gut, vorhin sah es vielleicht anders aus, aber jetzt sind wir drin. Und jetzt gucken wir mal, was abgeht. Warum gucken die alle so? Die Gamer filmen doch alle. Ist doch normal hier so, ne? Block. Okay, jetzt sind wir in der Halle und das ist der Geräuschpegel. Die haben hier Kulissen aufgebaut. Das verschlingt Budget. Das ist der Wahnsinn. Gebt ihr das? Also so ein Stand, Freunde. Ich war ja mal auf der Fotokina und weiß, was so ein Stand in etwa kostet. Also die investieren Millionen. Also mit Hotel, Stand, alles. Unglaublich. Hey, warte, kann man schießen? Hey, ja. Ich mach den Blatt. Das ist ein neues Lego. Zauberstabattacke. Wirbelwind. Wirbelwind und Zaubertrank. Also ich muss sagen, die Schlange hier beim neuen Call of Duty, was ich übrigens vorbestellt habe, sieht noch ganz human aus, aber da stellen wir... Mr. Hollywood. Oh, Mr. Hollywood. Wieso werde ich... Was ist denn... Weil wir schon Fotoshooting miteinander gemacht haben. Aber das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Als Wasteland Warrior. Nein, nein. Was war das? Das ist Bonnier, als Soldaten. Echt jetzt? Ja, ich bin lieb. In meinem kleinen Studio damals noch. Damals noch. Ey, was Zufall. Wo er noch kleiner war. Ja, da war ich... Was er alles macht. Wir machen so viel. Aber wenn ich mal so groß bin wie du, will ich auch so werden wie du. Das sieht sehr, sehr geil aus. Also bist du jederzeit willkommen, wenn du normal... Ich hab dich ans. Versprochen. Ja, komm wir. Bist eingeladen. Sehr egal. Viel Spaß noch. Danke. Alter, das war jetzt aber nicht geplant hier. Im richtigen Moment Zugriff. Freunde, das ist der Ausgang hier, oder? Ja, genau. Wir schummeln uns rein. Komm. Das ist der Ausgang, aber... Wir sind jetzt bei dem absoluten Highlight. Weil wir wollten schon immer mal Farmer werden. Bauer werden. Rechts oben. Super. Super. Das krieg ich schon zu Weihnachten, mein Sohn. Du wärst mein erfolgreicher... Ich hab's verpasst. Und mich rechts oben. Rechts oben. Die Spieleinladung. Rechts oben. Hör auf jetzt. Geh weg da. Rechts oben. Die Spieleinladung. Was hab ich verpasst? Planet Zoo. Zoo. Planet Zoo. Der Planet Zoo. Alter, was haben die für einen Stand? Ich glaube, das Spiel muss ich mir holen. Also, wenn so viel Budget vorhanden ist, für so einen riesigen Stand, muss das gut sein, dieses Spiel. Damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie voll es auf dem Flur ist. Total überschaubar. Wir waren jetzt ganz hinten, in der letzten Halle, und arbeiten uns jetzt quasi, Halle für Halle nach vorne. Zwei Hallen haben wir schon. Und sind fast 40 Minuten hier. Weiter geht's. Ah, der muss die Dance Moves erraten. Die hätte ich ja auch drauf gehabt. Ja, wozu hat man Kinder, die man vorschickt für solche komische Spiele? Ja, oh shit. Wow, 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 wow. What's going on here? Yo, Berlin, wir müssen los, Mann. Verschwinden wir. Los, lass uns verschwinden. Berlin, komm. Ideen muss man haben, Freunde. Hier gibt's vorgeladene Powerbanks zu kaufen. Wie geil ist das denn bitte? Übrigens, Freunde, ich muss euch kurz was erzählen. Mein Sohn recherchiert ja nebenbei auf den Instagram-Accounts von den ganzen YouTubern, wo die hier rumrennen, damit wir die auch mal treffen. Und es gibt einen YouTuber, Dena heißt der, den kenne ich sogar vom Namen. Ich habe vorhin so eine Story gemacht und wollte gerade erzählen, wie es hier ist. Und währenddem ich die Story mache, läuft der an uns vorbei und mein Sohn hat ihn da angesprochen. Ich blende euch mal ganz kurz die Story ein. So, Freunde, kurzes Zwischenfeedback. Eine Stunde sind wir jetzt hier. Drei... Was? Dien, Dien. Wer? So, Fortnite allerdings auf PC mit Tastatur. Ja, jetzt zeig mal, was du kannst, weil die richtigen Gamer zocken am PC und nicht auf Konsole. Zwei und ein halb Stunden hat es ungefähr gedauert, bis man überall schon mal so ein bisschen gewesen ist. Und jetzt steuern wir nun mal die Hotspots an auf der Jagd nach ein paar bekannten YouTubern. Mal schauen, wen wir vor der Kamera bekommen. Wo seid ihr? Also Playstation hat ein bisschen übertrieben mit ihrer Standgröße. Die haben einfach mal die halbe Halle gemietet. Da ist ich schon... Ja, dann gehen wir mal auf den Stand von Playstation. So, ich war gerade beim spontanen Casting für den nächsten Terminator-Film. Die haben mich aber nicht genommen. Die haben gesagt, ich seh zu brutal aus. Ja, Freunde, leider keine prominenten YouTuber mehr getroffen. Und jetzt, 13.000 Schritte später, machen wir uns jetzt wieder auf den Heimweg. Mal gucken, ob noch was geht. Ob da noch was Spannendes passiert. So, kurzes Fazit. Also, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Wenn wir jetzt zu Hause ankommen, kann man sagen, wir waren mal so einen ganzen Tag unterwegs. Keine günstige Angelegenheit. Ich meine die Tickets, liebe Grüße, Thomas an der Stelle, haben wir über Kontakte bekommen. Ich denke mal, wenn man vier, fünf Tage bleiben will auf der Gamescom, hat man deutlich mehr Möglichkeiten, auch mal irgendwie ein Spiel spielen und so weiter. Aber es kam jetzt für uns eher weniger in Frage. Die Beine brennen und sind froh, dass es wieder nach Hause geht. Und ich hoffe, es kommt noch nichts mehr dazwischen. Ich hoffe, die Bahn ist pünktlich und alles läuft. Ich habe noch was vergessen zu erwähnen, warum das Ganze immer so teuer ist hier. Wisst ihr, wie oft ich mir schon ein Schweizer Messer nachbestellen musste? Ich habe vorhin gerade der Katharina eine WhatsApp geschickt. Ich brauche wieder zwei neue Schweizer Messer, weil sie mir es überall wegnehmen. Das ist mein Brotmesser und ich kam nicht rein, weil es ist ja eine Waffe. Ach, Schweizer, ne? So, Freunde, das war es mit dem Vlog und in der Zwischenzeit sind auch zwei neue Schweizer Messer angekommen, die man mir irgendwann mal wieder wegnehmen kann. Ja, schön, dass ihr hier mit am Start wart und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es kommen noch weitere Videos und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, bis dann.